Ich starrt wieder woanders da als du. Das heißt, ich darf wieder einen TNT-Fass hinterhalten. Oh, ich darf hier oben Schütze spielen. Ich seh dich da oben. Hallo? So. Ich bleib einfach hier stehen, mach du das. Harte mal. Bäm, schon mal zwei gekillt. Kannst du dich... Warte, warte. Am besten ist, wenn du dich um die mit dem Schild kümmerst, weil die nerven mich richtig. Den Rest kann ich machen. Ohmla. In den Fuß geschossen, ich glaub's nicht. Den... Oh, die greifen mich an. Ich komm mir schnell genug hinterher. War ich aus oder so? Pfeiler im Gelb. Fresst, fresst, fresst. Der läuft jetzt gar nicht zu dir. Geht doch. Wo auch immer du bist. Den... Oh, Musik ist auch cool. Hört auch zu meinen favorisierten Musikstücken aus Zelda. So schön. Ach, du bist da vorne schon. Ach, du Kacke. Du... Ich sprügel mich mit der ganzen Armee da rum. Der ist ja nicht zu dir gegangen. Ich hätte dir gern geholfen. Okay. What the fuck? Was ist denn hier los? Ein bisschen windig. Ah, ich denke mal, das hat... Hat das beeinflusst die Flugbahn meiner Pfeile? Warum tragen die... Tragen die Suppendinge auf dem Kopf? Ähm... Was zu... Erledigt. Gut, dass er noch Heel gegeben hat. Ja, ich glaube, die neuen Gegner, solange man die noch nicht gesehen hat, geben immer Heel. Echt? Hm. Wäre ein bisschen unfair, wenn du gegen den neuen Gegner dann überhaupt nicht weißt, was du machen musst. Ach nee, nicht schon wieder sowas. Ich krieg's nie. Warte mal, lass dich ein bisschen vorgehen. Oh, man sieht die Augen. Was ist das? Ach, du siehst die, okay. Du nicht? Nein, ich hab die nur die Augen in Umrisse gesehen. Ich hab mir gedacht so, was ist das? Die Fledermäuse an der Decke. Okay, die haben mich anvisiert, die Fledermäuse. So. Ich lauf einem glühenden Schwert hinterher. Bling! Wir speisen dir den Weg, so ungefähr. Ah, wieder die Musik. Weißt du, was episch wäre? Aber das würde bestimmt nicht kommen. Wow. Hier. Da um das Bogenschütze. Kannst du dich mal an die kümmern? Ja. Wow. Es sind ein paar... Was wolltest du sagen, so wäre episch? Ähm. Song of Heel. Warte, 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 warte. Warte, bleib mal stehen. Da vorne sind Bombenwerfer. Ich nack die erste Maus. Song of Heeling, wenn du die Melodie kennst. Sagt mir jetzt grad nichts. Da, 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 da. Ach so, ja. War das nicht der, ähm, für die Befreiung aus Majors Mask? Ja, 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 aber... Was heißt auf englisch? Nämlich Song of Heeling oder so. Ja, auf Lied der Befreiung in Deutsch. Da sind TNT-Fässer. Ich hab mir grad erst mal den Vogel geschnappt. Wo ist das TNT-Fass? Oh, ich komm ja dann dir vorbei, weil du blöd im Weg stehst. Ah, shit, dieser Wind. Also, TNT-Fassport. Warte, da ist wieder so ein Bombenfuzi. Ich kann hier ja blocken, von daher. Da rechts ist noch einer, guck mal nach rechts. Nach rechts? Oh, ja. Mit einem Suppentop auf dem Kopf, ey, das ist so lächerlich. Wieso kann ich manchmal nicht blocken? Ich versteh's nicht. Vielleicht blockst du zu spät. Du musst ja hoch und B, oder? Muss ich hoch? Wow. Was kriegen wir denn jetzt? Schweinchen, babe. Schweinchen, babe. Und doch nicht jetzt den Magier da. Ähm, ach du... Ah, mit Kopfschutz. Jetzt kann ich ihm keinen Kopfschutz mehr geben. Mach doch nix. Ja, ich hab mir aber damit Hauptschaden gemacht. Wow. Wie, der hat mich noch getroffen? Ich muss nach links... Ah. Das war jetzt Rape. Alter. Mach der uns einfach fertig, hier eiskalt. Ich hätt nicht gedacht, dass er mich noch trifft. Ich stand da ganz komisch neben denen. Ja, ich hab gedacht, ich muss wieder Schultertasten drücken und dann hieß es auf einmal nach links das Gamepad reißen. Wieso? Wieso? Hab dann zu spät reagiert deswegen. Bäm. Aber die Ebene find ich irgendwie leichter als die vorige. Ja, die Ebene ist leicht, aber der Boss hat uns hier ziemlich geboxt. Ja, ich hab gar nicht gerechnet, dass ich jetzt mit nach links ausweichen muss, so mit dem Schnick. Mach einfach alles mögliche. Nächste mal. Nächste mal. Zwei, 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 zwei. So, dann heißt es, bitte drehen Sie den Joystick. Schmeißen Sie den Family aus dem Fenster. Wollte eben aufladen. Okay. Genau du. Ups. Denk renn, ich kann dir nicht helfen. Dann schießt die ab, die zu dir rennen. Und den Rest kümmere ich mich. Ich habe dir das eine Schild zerstört. Warte. Bäm. Ach so, dadurch, dass ich auf die da hinten, das ist ein von denen da hinten erwischt, kommt die zu mir. Deswegen sind es hier so viele. Und deswegen hast du auf dem Weg da keine Gegner, weil ich die dir alle schon vorher kaputt mache, weil die zu mir kommen. Ich renne wieder vor, ne? Ja, ich weiß, du hast keine Gegner, weil ich die auf mich alle locke, weil ich da den Pfeil schon schieße. Ach, die greifen mich auch an. Verdammt. Ach, wir werden mich jetzt fertig machen. So, bitteschön. Wir haben noch zwei Leben. Ich mache dir mit dem Schild erst mal das Schild weg. Solche Kombis wie in dem Spiel hier würde ich auch gerne selber machen können. Ähm, gehen. Ein Skyward Sword. Echt? Ja. Du wolltest es ja nicht spielen. Da links war ein Vogel. Ja. Schon wieder. Ich konnte nicht blocken. Obwohl ich jetzt rechts... Zumindest kriegen wir live dazu. Ja, ich schreie es gerade richtig rein. Ja, du hast so viele Hits gefressen bisher. Du hast aber auch einen genommen. Warum wird der nicht angezeigt? Weil ich ein Herz dafür eingesammelt habe. Ach so. Ja toll, wird deiner geheilt, aber meiner nicht. So. Ich spalle einfach mal her. Die Pfeile willkürlich rein. So. Folge dem leuchtenden Schwert. Ja, ich seh dich doch. Ich lauf doch schneller als du. Ich mach wieder die Fledermäuse. Erledigt. So. Weise mir den Weg. Leuchtend Schwert. Hier. Gerade voraus, ha? So. Die kommen jetzt hier um die Ecke. Also geh du bitte vor. Aber ich will den so Ohnmacht mir gerade zurück. Kannst du den schon anvisieren? Hm, jetzt erst. So. So, jetzt noch die Bombenfuzzis. Hat die Bombe getroffen, sauber. Oh, da ist noch ein Bombenfuzzis. Bam. Oh, dieses Blocken, ey. Das ist lustig. Wenn ich so nach unten schießen muss, lädt der Automatisch immer wieder die Pfeile auf. Warte, warte, warte. Nein. Jetzt haben die dich gesehen. Da links ist ein Herzvogel. Oh. Oh, dieser Wind. Ich kiri. Ich hab ihn. Erledigt. Oh, dieser Wind, ey. Der fuckt ab. Da fuh. Okay. Du checkst mal wieder nichts. Der rechts müsste auch noch einer sein. Der bestehen. Erledigt. Oh, ne. Die haben ein Herz gegeben. Hoffentlich geben die noch eins. Oh, die weichen meinen Pfeilen aus. Jetzt kommt die kein Herz. Ne, nur beim ersten Mal. Da oben. Ach, da oben sag ich schon. Da hinten. Wo, da hinten? Du hast einen Totenkopf. Wo? Ah, da. Okay, du kannst ihn auch aufmachen. Schnapp schon mal einen Pfeil nach. Und jetzt? Hier bitte hin. Genau hier. Eigentlich hätte ich schon ein bisschen hinter dir klingeln müssen, oder? Theoretisch. Aber nein, wir müssen ja nebeneinander stehen. So, und jetzt erstmal schnell den kleinen rechten ausschalten und danach auf den großen fixieren. So. Gut, der Große fokussiert sich auf mich. Wow. In den Hintern. Hier kriegst du meine Pfeile in den Hintern. Erledigt. Er ist das ziemlich overkill, wenn wir an zwei verschiedenen Positionen stehen. Ja, weil er so langsam auch ist. Er macht ja keinen Rundumschlag. Bei ihm gerade war Ausweichaktion bei mir. Du schwörst doch nicht. Bei mir war eben gerade Ausweichaktion, aber er hat nicht getroffen. Obwohl ich die Ausweichaktion nicht ausgeführt habe. Was ich auch nicht verstehe. Ja, wieso krieg ich doch das 2 vor? Weil du den letzten tödlichen Treffer gemacht hast. Echt? Du hast bis jetzt noch kein einziges Mal das Ding hochgehoben. Ja, ich hab ja auch nie den letzten Treffer beim Boss erzielt. Ne? Müssen wir mal ändern. Oder hab ich den letzten Runden? Ich glaub, in der letzten Runde hatte ich das einmal gehabt. Da hast du aber auch nicht hochgehalten, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung, können wir ja in der Aufnahme später nachgucken. Achso, ne, guck mal da. Ich seh schon. Die Lücke wird gefüllt. Okay, jetzt haben wir noch die 7. Bin schon mal gespannt, ob wir so was im Genferschnitt am Ende haben. Gern noch. Ja? Mal gucken. Weil wir haben ja auch dieses Tennisspiel schon gehabt. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, was für Musik jetzt da ist. Das sieht wieder easy aus, wenn ich ehrlich zugeben darf. Aber... Oh, ich bin wie auf einem Turm. H 츄hüüüüüüüüüüüüüü hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüünüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü